war das gestern wieder heavy metal hey so k.o. noch schon kurz nach elf war so spät schon wieder frühsport machen leute frühsport bisschen heavy metal weng mandetta machen wir auch einer musik ja heavy metal ist doch geil das ist das krupp an der fählen super wendetta ich habe so gern, das ist so toll ok, ich kann es nur anbühren Seht ihr das? Richtig gut! Oh, wer ruft denn jetzt an? Hä? Ja? Ach du bist es, Dauli? Wie? 11.11 Uhr? Ach Gott, scheiße, in den Minuten ist es 11.11 Uhr. Hab ich ganz vergessen, heute geht ja der Fasching an. Warte, muss ich mich schnell umziehen. Danke, dass du mich daran erinnern hast, Dauli. Ja, ich war jetzt gerade noch beim Frühsport. War auch der Präsident, der hat gemeint, in der Minute ist 11.11 Uhr und wo ich bleibe, muss ich mich natürlich beeilen. Und wie schaffe ich das noch rechtzeitig? Minute Zeit? Mann, Anzughose geht schon mal nicht. Dann brauche ich, äh, Ja, Jackett. Jackett habe ich noch bereit gelegt gestern. Haben wir es schon. Ah, äh, Ähm, Orten. Ich bin ja beim HCC. Super Verein, also da bin ich ja Sitzungspräsident, da muss ich schnell sein jetzt. Ah, Till von Franken natürlich nicht vergessen, größte Auszeichnung, die es gibt. Und, ja und jetzt, jetzt meine Mütze weg. Wo ist denn meine Mütze? Ich brauche doch meine Mütze. zum Faschen gehen. Ach, wo ist denn die? Ach, ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Ah, die habe ich ja noch neben dem Bett gelegt gehabt, dass ich sie nicht vergesse. So, jetzt bin ich stattklar. Und? Ah, meine implantierte Uhr sagt mir, es ist schon zu spät. Ja, muss ich halt da jetzt den Faschen eröffnen hier. Weil ihr wisst ja Bescheid. Ich bin ja auch der Sitzungspräsident vom HCC. Also ich bin ja nicht nur Lehrer. Ich moderiere auch immer die Sitzungen. Und ich freue mich natürlich euch dann auch beim HCC begrüßen zu dürfen. Falls ihr euch fragt, warum es jetzt da so rauscht, das ist der Wind. Ich drehe gerade auf meinen Balkon, gell. Und ja, also der Fazit C hat sich natürlich wieder alles Tolle ausgedacht, um euch da natürlich bestlich zu unterhalten. Wir reisen um die Welt. Und das Schöne ist, am 13.01. machen wir wieder einen super Faschings-Warmbar. Wir erinnern uns letztes Jahr, die Würzburg. Das war ja eine Reise. Also da war ja so viel wenig los im HDG. Und wir hoffen, dass es dieses Jahr viel viel besser wird. Also kommt am 13.01. zu uns, zu den Würzburg ins HDG. Weil sonst war es das letzte Eventilisat, das wir gemacht haben, gell. Bin ganz außer Buste noch von meinem Frühsport. War viel zu schnell die Rennerei mit der Mütze, gell. Aber das ist halt live, ne. Ich meine, ich kann es ja auch nicht ändern. Ja, auf jeden Fall haben wir dann noch eine Woche Pause, dann und dann geht es schon los. Vollgas in den Fasching rein. Dann haben wir am 27.01. unsere erste Prunksitzung, am 3.02. unsere zweite Sitzung, am 10.02. haben wir dann noch unsere Kinderjugendsitzung. Und dann am 14.02. ist der Fasching schon wieder vorbei. Also so kurz, gell. Ja, und mich würde es natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr mich ein wenig besucht im HDG und den Verein, den HCC. Auch der Daule, unser Präsident. Und die ganze Vorstandschaft ist dann natürlich total happy. Ja, jetzt ist natürlich der 11.11. Es sind ganz, ganz viele Freunde, vermutlich auch jetzt da draußen. Die starten gerade rein in den Fasching, in das tolle Event, jetzt wieder die fünfte Jahreszeit. Und ja, wenn ich immer gefragt wäre, wenn ich auf einen einsamen Berg gehe oder auf eine einsame Insel, was würde ich dann gern mitnehmen? Dann bin ich immer der Meinung, da braucht ein Mann drei wichtige Dinge. Das erste, was er braucht, ist schon mal ein Bier. Das zweite, was man als Mann braucht, ist ein Biergruch. Und das dritte ist natürlich auch der integrierte Flaschenöffner, weil es bringt ja nichts, wenn man dann auf einsamen Inseln ist und hat der Biergruch und bringt das Bier nicht auf, gell. Und ja, wobei ich gerade sehe, den Flaschenöffner hätte er ja nicht einmal gebraucht, weil an meinem Bier ist ja ein Blöpper, gell. Ja, brauchen wir den gar nicht, den Flaschenöffner. Ja, so geht's, gell. Ja, in diesem Sinne starten wir die erste Rakete des Faschings. Muss ja eine Rakete starten hier. Und es küsst ja immer Raketen am Fasching, das ist immer eine tolle Sache. Da habe ich letztes Jahr auch ein super Erlebnis gehabt. Da hat mein stellvertretender Sitzungspräsident von früher, der hat mich dieses Mal nicht mehr moderieren müssen, weil ich durchmoderiert habe mir, auch mal eine Rakete rechts ins Ohr reingeschossen. Und ich glaube, wie toll das war, das schauen wir uns doch gleich an dieser Stelle nochmal an. Also, machen wir noch einen Blick ins letztes Jahr. Nach dem Showdance von der großen Gatte war übrigens ein super Showdance, kam dann eine Rakete hier in mein rechtes Ohr. Und da seht ihr dann auch in dem Video, wie toll ich da reagiere. Also, man hört es auch im Video. Schaut euch das mal an. Das ist top. Ja, so war das mit der Rakete. Ja, so war das mit der Rakete. Genau, was natürlich auch legendär ist. Aber jetzt muss ich erstmal hier mein Bier aufmachen. Also, wir starten die erste Faschingsrakete jetzt hier am 11.11. des Jahres 2023. Sensationell. Und man sieht auch das Bier, es schäumt fast gar nicht. Also, es ist wirklich ein gutes Bier. Das ist nämlich ein Kellerbier. Habe ich aus dem Keller geholt. Und schütte ich natürlich jetzt hier, wie sie es gehört, schön rein in den Bierkruch. Weil, man muss ja auch mal ein Prosit der Gemütlichkeit machen. Und ja, ihr seht, es hat doch ein bisschen geschäumt. Also, da waren wirklich Profis am Werk hier beim Einschenken. Aber ich bin ja am Balkon. Also, es wäre jetzt blöd, wenn es der Teppich wäre. Und ja, nun erstmal hier, denke ich mal, ein richtiges Prosit der Gemütlichkeit auf alle Namen, alle Fans da draußen jetzt hier zur Eröffnung unseres Faschings des Jahres. Saison 23, 24. Diesen Sinne, machen wir Musik ab, DJ! Ein Prosit, ein Prosit, der Gemütlichkeit Ja, vielen Dank! Also, das war ja wirklich ein tolles Lied. Ich habe mir jetzt nicht mehr der Text eingefallen, deswegen habe ich da so schweigend geschaut. Aber ja, das dauert noch ein bisschen, dann ist man da wieder drin. Aber jetzt erstmal ein Prost auf den Fasching. Ein Prost an alle befreundeten Karnevalsgesellschaften. Ein Prost an alle Faschingsnamen auf euch da draußen. Jetzt ist wieder eure, unsere Zeit. Und die wird bestimmt legendär. Sehr schön! Ja, was natürlich auch noch nicht zu vergessen ist, ich stelle das jetzt erstmal ab hier. Ganz wichtig, nicht vergessen, gell. Also unsere Termine hier, dementsprechend nochmal am 27.1., die erste Sitzung, dritter, zweiter, die zweite Sitzung, Samstag, glaube ich, 27.1., ja, müsste passen. Und dann noch am 10.2. ist dann noch unsere Kinder-Jugendsitzung. Verfolgt die Termine auf Facebook in den offiziellen Medien. Da werde ich es auch öfters teilen. Ja, euch allen da draußen, allen Fans, wie gesagt, einen richtig geilen, tollen Fasching. Und dann sieht man sich vielleicht auch auf der einen oder anderen Prunksitzung. Ja, aufpassen natürlich, wenn ihr hinten drin seid. Nicht, dass ihr wieder Elferrad-Zwingo macht. Das haben wir letztes Jahr in Goxheim erlebt. Da ist plötzlich einer, wie wir am Schluss Party gemacht haben, von den, ja, von den Narren, kann man schon sagen, links kommend, äh, rechts kommend an die Bühne gerannt. Und wollte irgendwie hinter, also beim Finale. Und hat es geschafft, den ganzen Elferrad einfach umzuwerfen. Also ich bin der Weise hier in der Mitte. Und da war das dann letztes Jahr in Goxheim. Also das schauen wir uns jetzt auch nochmal an, weil ich fand. Ja, das war auch wirklich richtig toll hier. Also nochmal ein Ausschnitt hier letztes Jahr nach Goxheim zum Elferrad-Domino. Ja, so war es also hier das Domino, Elferrad-Domino in Goxheim. Ich hoffe, ich muss es dieses Jahr nicht mehr erleben, weil die Verletzungsgefahr am Fasching, und die ist natürlich immens groß, dass man sich am Fasching verletzt. Ich meine, ich habe ja da auch so ein Talent. Ich kann mich noch erinnern, wir haben mal auf Rocky getanzt. Und da beim Tanz war dann irgendwie Wasser auf der Bühne. Und ich bin dann ausgerutscht und bin dann so richtig in so einen Spagat reingegangen bei dem Rocky-Tanz. Also das war auch noch einer meiner letzten Faschingsmomente, an die ich immer, ja, da eher so ungern zurückerinnere. Aber das, das war auch einer. Boah, also tut mir jetzt noch weh, wenn ich da dran denke, wie ich da ausgerutscht bin und mir da das Knie verzerrt habe. Genau. Ja, aber es gibt sonst noch tolle Sachen. Also es gibt natürlich auch dieses Jahr wieder ganz, ganz viele tolle neue Sachen, die ich auch noch nicht kenne. Und die Garten trainieren, sie üben, sie planen, also das wird wirklich super. In diesem Sinne hätte ich jetzt einfach mal gesagt, wir sehen uns dann natürlich demnächst wieder am Fasching. Und ganz wichtig ist nochmal, geht am 13.1. auch zu unserem Warm-Up, zu dem, wollte ich jetzt auch Würzburg, zu dem Heimspiel, heimische Band. Deswegen spielen die ja auch bei uns daheim. Da spielt zum Beispiel der Timo Weiß aus Rüchheim mit und lauter so Leute. Also kommt daher, unterstützt unseren Verein, unseren HCC, weil wenn da wieder keiner kommt und sonst wohin rennt, brauchen wir es nicht mehr zu machen. Weil wir machen das ja auch für euch, für euch als Publikum, dass ihr Spaß habt am Fasching. Und kommt zu unseren Sitzungen, wie gesagt, da moderiere ich an dieser Stelle jetzt also auf unserem Fasching ein dreifach Donneres. Hofheim, hello, Franken, hello, Hofheim, HCC, hello. Und dann wünsche ich euch einen richtig tollen Fasching und ich genieße jetzt hier noch ein bisschen die Sonne, die mir gerade so schön ins Gesicht scheint. Dieses Kellerbier hier, das da jetzt noch steht und freue mich schon richtig auf Fasching mit euch. Also in diesem Sinne, macht's gut, schaut mal vorbei und falls euch langweilig ist, könnt ihr jetzt hier im Abspann noch auf meine alten 11.11 Videos klicken und dann könnt ihr euch die auch nochmal anschauen. Da ist der Fauli dabei und ich war dann mal bei den Würzburg letztes Jahr oder wo war ich denn noch, ja oder einfach sonstiges. Also es sind tolle Videos auch, 66 Jahre Special, da war ja Corona, deswegen gab es da so ein Special mal bei mir im Kanal. Ja, schaut es euch an, ich komme jetzt im Abspann und ich genieße jetzt ein bisschen die Sonne, weil ehe man sich versieht, ist die wieder weg. Ja, macht's gut, auf diesem Sinne, auf und ein Fasching. VehNein. Ja, ich habe es ja noch ein Fasching. Ja ich habe es dann noch, dass wir nun Aflow Bien. Ja ich wennst du dann Osосто. Ja jetzt losuche ich aber einenizer ein vonr drivers auf course heute auf, was jag愿 great. Ich maximum cup viele Cell grupo haben. Hm, ich mir richtig gut ausgehe nov ausgesstoper. Ich bin ja noch drauf. Jetzt aber wirklich Tschüss. Das braucht ihr jetzt nicht mehr anschauen. Das ist ja total langweilig, was ich da mache. Wir wollen doch jetzt nicht sehen, wie ich mein Bier austrink. Das glaube ich nicht, dass ich das will.